Der neue BMW M4 GTS bietet hochexklusives Fahrerlebnis und zielt mit High-Performance-Technologie sowie seinen Motorsportgehen eindeutig auf den Rennstreckeneinsatz. Der Sechszylinder-Reihenmotor mit Twin-Turbo-Technologie, Hochdrehzahlcharakter und Wassereinspritzung hat eine Leistung von 500 PS. Die Beschleunigung von 0 auf 100 erfolgt in nur 3,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei beeindruckenden 305 kmh abgeregelt. Der Rundenrekord auf der Nordschleife beträgt nur 7 Minuten 28 Sekunden.